Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin euer Kampfwussel und ich, wie ihr seht, habe ich den Stand wieder auf die Dinge zurückgesetzt. Ich habe die Blasenwaffe, sogar aufgelevelt, und habe neues, neuen Jelly Juice, um hier durchs Feuer zu gehen. Oder something. Kohle. Holzkohle vorgemerkt. Ich hatte über den nichts mehr zu sagen. So, und diesmal werde ich nichts mehr verstanden. Die neue Blasenwaffe, die ist besonders, man kann hier so halten, sie aufladen sozusagen, und wenn man loslässt, werden alle Blasen losgelassen. Natürlich ist die aber munitionstechnisch begrenzt. Ich hätte jetzt nicht noch mal sterben. Schon dumm genug mein letztes Mal. Und damit kann man halt sehr gut, großermaßen, einen Gegner töten. So, jetzt machen wir jetzt noch das letzte Mal. Diesen blöden Saft. Mit dem Trick kann ich das Viech auch so schon vorlocken. Hopp und hopp. Was ist denn da? Ich bin an, weil... Egal. So. Das dritte und letzte Mal. Gut, jetzt machen wir das, wofür es eigentlich vorgesehen war. Anfängig. Au. Die Kontakte nämlich letztens töten. Ich denke, hat mir verdammte zwölf Leben abgezogen. Ich denke, das war so ein bisschen eine Energie. Ich denke, das war so. Das war so. Ah, das war so. riskant. Ich denke, man muss nach oben drücken, um da durchzugehen. So, jetzt speichern wir hier nochmal, dass auch alles gesichert ist. Schlaf nochmal. Und wir gehen da durch. Man könnte jetzt nach unten gehen, für bestimmte Sachen. Aber man wartet lieber, bis man etwas Fortschritt gemacht hat. Da muss man nie wieder diesen Jellyjuice holen. Oh Gott, das war so knapp. Ach, das ist alles leer. Was nämlich hier so schön verbrannt ist, das sind besondere Gegner, die nur angreifen, wenn man angegriffen wird, wenn sie angehlt werden. Normalerweise nicht wirklich gefährlich. Normalerweise. Nein. Wollen wir jetzt mal für ein paar Nebensachen sorgen. Jetzt bin ich drauf. Komm schon mal. So. Ah, das erste Mal wurden unsere Raketen aufgefüllt. Man kann auch hier, glaube ich, maximal 50 Raketen haben. Außer, wenn man keine einzige Raketen-Upgrade einsammelt und dann in das geheime Chapter kommt. Und da werden die Raketen dann von, was habe ich, 10 auf 100 gestuft. Habe ich nie gemacht. Ich habe das geheime Chapter auch nie gesehen. Aber ich weiß, wie man da hinkommt. So. Vielleicht gehen wir eher da hin. Und wenn wir leften. So. Erstmal herklopfen. Hallo? Hallo? Is anyone there? There is someone. Ah. Hey you. Bye. I need to get out of here. Would you please help me? Thanks. Please take this. There was the key. It was left in this room. Go ahead. Okay. Da ist keine Schlüssel noch. Guter Gott. Und das scheint vorwassen zu sein. Huh? What do you mean? It's not the right key for the door? Well, that's upsetting. Is there no keyhole? We'll need to break down. There has to be better way. This better way kenne ich natürlich. Aber erstmal speitern. Da ich weiß, was ins Vorbild steht. So. Power Supply rum. Okay. Ein Roboter. Es sieht aus, als ob er nicht eingeschaltet ist. Oder nicht mit Power versorgt wird. Tja, dann schalten wir die Power mal ein. Kann schon nicht schlimm sein. Weil ich meine Meinung noch einleitend. Eindringling. Gesichtet. Terminiert. Oh, yeah. Did you know that the Mimikin I found was a Shoe? Nein! She was a Shoe. Because of that, Dogna was extremely upset. Misery desired quite to be down. It is since she just occurred. Well, the Master can't be dissolved, so it's our fate. This time I'm here to break you for real. Let's have prepare yourself. Let's fight in our fight. He can fly now. What do we have to do with that? Ah, I don't know. What are you? What are you? Can I help him out? Sure. Not. Let's try again. Thank you. You are a good person. And on top of that, so strong. Thank you for saving me. I would like to do something for you. Express my guarantee. But with this said, I'm only a captive bear making of bombs. You won't open the rusty door. What? Someone is trapped inside. You are definitely a good person. I understand. Let us make a bomb then. We will damage the said door. Please locate the following materials for the bomb. First, charcoal. In besitz. Two, jelly juice. Verdammt. Richtig. And gun base. Let's make us a bomb. One set. The materials. Feels awesome. Okay. Den juice können wir jetzt ganz einfach holen. Da wir hier jetzt diese ganzen Ventilatoren akzeptiert haben. Wait a minute. Aya. I have to get impact on it. Wooooow. Hey, jetzt muss man nicht fehlen. So, wenigstens Level 2. Erzähl mir den Professor mal, was passiert ist. Obtämpft? Von der Dauer? I guess that's possible. So, are you looking for the materials? Did you sell a gun base? Wait a sec. Take this. Obtämpft, Gum Key. Also machen wir daraus jetzt die Gum Base. It was hanging on the wall. The word gum was written on it. I'm sure must be related somehow. Wow. I'm counting on you, boy. Alright. Ich würde sagen, wir holen das zuerst. Wow, wow. Cool. Hau nochmal her. Au. Noch so ein Ding. So, alles ist wieder hoch. Dann gehen wir uns erstmal was hoch abholen. Hopp. So, été.